unsere sehnen sind gewachsen die männer sind guter dinge noch zusammenbleiben es wird sich gleich ändern oder es gibt uns nur ein ziel euer zeichen seier bogenschützen unterwegs waffenbrüder vorwärts wir sind die besten unter den besten bezweifle ich sehr stark augen auf männer was sie schaffen ernsthaft der baut obwohl ich direkt davor stehe das gibt es doch nicht waffenbrüder bereit ihr seid ihr bescheuert die stehen direkt vor euch eure treuen bodenschütze unsere bögen werden singen neue befehle da sind feinde macht die kaputt ich glaube wir müssen könig mitnehmen in den kampf wenn ich schlecht eure freunde werden getötet wir sind bereit sie los gut unsere bürgen sind ungeduldig ihr braucht mehr ihre malort der gesicht braucht mehr ehre bergenschützen vorbereiten ja seier rekruten benötigt seier auf die plätze männer befehle haben sie schon zugemacht ich bin eine ein mann armee in bewegung ich tue was ich kann unsere sehnen sind gewachst können wir das tor zerstören ja können wir wir bewegen uns ok fangen wir an steine habe ich auch noch nicht abgebaut das passt da nicht hin my lord das läuft zusätzliche rationen wie schön danke gebt uns nur ein ziel oh nein ah bogenschützen in bewegung wir sind verwirrt euer zeichen seier die männer sind guter dinge ich bin verwirrt bin verwirrt lanzen vorwärts bogenschützen bereit machen bogenschützen unterwegs wenn sie anders geht muss der könig hat selber ausmachen klingt nach hundis klingt nach hundis wir sind eure leute da sollte er sie halt beschäftigen jetzt kommt die auch dazu ich stehe zum euch noch ganz gut da kann ich auch gleich wieder auf normale gehen normale rationen ja die haben wir wir verlieren ein wenig an gold mein herr ist ok zusätzliche rationen wie schön danke eure treuen bogenschützen augen auf männer tore kann man aber zerstören problemlos wie ehrenvoll unser könig hier ist habe ich denn die apotheke habe ich eigentlich auch noch nicht mal warum werden wir diese ganzen sachen eigentlich angezeigt wenn ich die nicht habe das verstehe ich einfach nicht unsere bögen werden singen ziehen los ich bin sehr verwirrt jetzt bin ich verwirrt du bist angeschossen idiot da kommt der blöde edwin schon wieder wir sind bereit wir sind bereit die mission zeigt es mir irgendwie greift ihn direkt an ja ja keine ahnung worauf der kotzen verletzte etwa mein könig unsere sehnen sind gewachst gebt uns nur ein ziel was ist hier los da wirst du was rein da komm uns ein kopf da mal ruhe da sind wir stärker ist ja du musst aber auch schon durchlaufen da sind wir ja stark genug euer zeichen sire wie zu was soll ich leider gerade angegriffen bogen schützen bereit machen es ist wahnsinn dass wir unterliegen vor allem unterliegen wir auch was macht ihr denn ist das alles was ihr könnt los ja das verlieren wir wir sind ungefähr gleich stark das ist gut zu wissen ok das muss mein könig gleich mit einsetzen sorgt euch nicht ich will euch kein übel nach dem was ihr mir sagt ist mein Bruder Pascal der schuldige halt die klappe ich muss ihn aufhalten bevor mehr schlimmes geschieht leute kommen auf die burg eure treuen bogen schützen es ist mir auch immer noch ein rätsel wie die KI es immer schafft obwohl alle Leute abgeschossen werden sie trotzdem weiter ihre Gebäude bauen kann wir haben halt wirklich den nachteil dass in der mission der gegner schon alles gebaut hat sonst hätten die auch überhaupt keine chance gegen uns ich hätte ihn gerne auf dem pferd unsere bögen werden singen wenn ich ehrlich bin wir sind bereit gut unsere bürgen sind ungeduldig auf die plätze männer da kann ich nicht hin sire bogen schützen vorbereiten ja sire rein halten für unseren herren und es ist ihnen auch immer so wichtig dass sie irgendwelche bauern erschießen anstatt weiter zu kommen gebt uns nur ein Ziel kein stein mehr ihr baut natürlich trotzdem weiter ich kann nicht reinschauen eure beliebtheit steigt gehen in stellung hey was ist hier los bogenschützen bereit machen juckt das gar nicht dass ihr gar nichts mehr hört bogenschützen in bewegung da war trotzdem alles die fps brechen schon wieder total ein ich weiß nicht warum ok ich darf die sägengruppen nicht vergessen das passt da nicht hin mein lord wir sind eure leute die männer sind guter dinge und wir suchen beute mann ich hätte bloß diese bescheuerte katapult gebraucht dann hätte ich ihn zersägt mit leitern träger an sich kann ich halt nicht viel anfangen hier eure treuen bogenschützen unsere bögen werden singen ich glaube ihr schießt nicht auf die da wir sind bereit wir sind bereit Bogenschützen vorbereiten ok die können nicht zurückschießen das ist die schießen gegen die wall die idioten das ist ein großer vorteil für uns ja 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 ziehen los unsere sehnen sind gewachst bogenschützen unterwegs oh das ist nicht gut gebt uns nur ein ziel alles der hochkommt finde ich nicht gut denkt an die ausbildung schießt die da oben runter schießt die da oben runter euer zeichen sire Bogenschützen bereit machen attacke zerstören wir es vielleicht ist dann jetzt mal ruhe ja ja wir kriegen ordentlich prügel was wir gehen rein wir gehen rein habe ich gesagt ja jetzt müssen sie vielleicht nachkommen wo kommen die wo kommen die einheiten her wir sind eure leute trotzdem irgendwie aus habe ich das gefühl eure treuen bogenschützen ok jetzt müssen sie auf maximale defensive gehen um edwin abzuwehren wir brauchen jauchegrube falknerposten und sehr viele leute den haben wir jetzt erstmal kampfunfähig gemacht das ist gut ok so kommen sie so kann ich sie langsam locken ist auch gut Mist jetzt was wie geht das denn ach so der bodden scheiß natürlich nach ja herr mach das kaputt du affe unsere bögen werden singen bauern werden von krankheiten dahin gelaufen angriff wir sind bereit wir sind bereit späre hoch wie lautet die mission wo ist der feind bogenschützen vorbereiten sehr gut ist das alles was ihr könnt los für dich wird es reichen so wie steht es um unsere nahrung ganz gut dann würde ich sagen wir bauen jetzt bauen es weiter aus wir verlieren ein wenig an gold was wo kommen die denn her ziehen los wie sagen wir hier einen lanzenträger drin ja sei ja gut unsere bögen sind ungeduldig unsere sehnen sind gewachst gebt uns nur ein ziel mach mal lieber von hier was auf die plätze männer in bewegung euer zeichen sire bogen schützen bereit machen wir bewegen uns so hier geht es ihm soweit noch ganz gut nicht mehr lange ich hoffe da kommt der erste große angriff mal ort wir sind eure leute gehen in stelle es wird geld ich habe keinen marktplatz war der nicht hier da ist er das ist jetzt so schlecht egal wir schaffen es unser goldvorrat wächst stetig sire zusätzliche rationen wie schön danke das läuft noch das hätte ich schon von anfang an so machen sollen eure treuen bogenschützen da edwin primär nur mit lanzenkämpfern kommt kann ich hier eigentlich meine bogenschützen aufstellen oder hier und die pflücken dann hier alle von den alle die da rumstehen weg ich werde noch ein paar helfende hände mehr brauchen schätze ich mal unsere bögen werden singen bogenschützen in bewegung zusammenbleiben ich gehe mal davon aus die jauche gruppe ist nicht ausreichend ich tue mich aber gerade sehr sehr schwer zwei sachen gleichzeitig zu machen wenn ich hier einen weg habe dann kann ich mich auf andere sachen konzentrieren neue befehle wir müssen eigentlich damit packen wenn der könig kämpft dann kommen die noch mit dazu so müsste es eigentlich funktionieren wir sind bereit die männer sind guter dinge sehr gut in die ach ich kann mein wald klüren nicht hören bogenschützen ach das gelage von valhalla erwartet mich Olaf ist geschlagen wir haben endlich unseren ersten großen schlag gelandet ja unsere sehnen sind gewachst bogenschützen unterwegs dahin gebt uns nur ein ziel hier geht mal dahin euer zeichen seier augen auf männer und die nächsten ah ok jetzt haben wir hier was das ist schön schön dass wir da die haufen haben die gehören da nehme ich eigentlich gar nicht hin darf ich die überhaupt da gut das darf ich dann würde ich glatt mal sagen was bauen wir hier an ich würde sagen das wird eine riesengroße Obstflantage oder Käse Obst oder Käse lieber Obst das passt da nicht hin danach melord das wir so viel Obst geben dass wir bei uns Obst abreißen können Schauen wir dann erstmal, ob wir alle Leute besetzt haben. Oder ob wir vielleicht sogar noch welche brauchen. Jauche gehört eigentlich nicht in diese Länderei. Ernsthaft? Ich habe doch gerade... Das ist doch ein Scheiß. Jetzt habe ich ihn zur Verteidigung. Wahrscheinlich nicht viel. Das bringt mir gar nichts, oder? Es sei denn... Ne, dafür habe ich nicht genug Geld. Das ist absolut sinnlos. Wir sind eure Leute. Ziehen los! Schnell! Das ist echt... Ah, okay. Mein großer Vorteil, der Gegner sucht sich die leichteste Stelle. Eure treuen Bogenschützen. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Wir sind die Besten unter den Besten. Oh, das war doch gar nicht so doof. Unsere Bögen werden singen. Auf die Plätze, Männer! Lanzen vorwärts! So, das Ding hat jetzt eigentlich keine Arbeit mehr, schätze ich. Genau. Ich kann jetzt wieder weg. Wo ist denn hier der Vormannsposten? Haben wir da überhaupt einen? Wählt die Güter aus. Wie oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? Doppelte Rationen? Wunderbar. Wo steuern mag ich nicht. Ist mir egal. Ich baue gleich nochmal einen Vormannsposten, wenn ich ihn gleich wieder finde, da. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Da kann ich eigentlich auch gleich Käse da anbauen. Warum eigentlich nicht, dann brauche ich mich darum gar nicht mehr, gar nichts zu kümmern, tatsächlich. Der Vormannsposten hat keine Arbeitskräfte, Sire. Ja, das ist nicht so schön. Aber wir können jetzt ein bisschen aufstocken. Das Volk liebt euch, Sire. Wir haben Verbrechen, das ist schön. Ach, mit einmal haben wir es gekriegt, alles. So, die Wachposten. Achten drauf, dass sie kein Mist bauen. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Im Gerichtsgebäude werden sie gerichtet. Die Foltergilde führt bestimmte Foltern aus und hier kann man dann wählen, das Folterrad zum Beispiel, da werden sie gedreht und lauter solche Sachen, bis sie rehabilitiert sind. Woran mangelt es? An Geld. Wir sind bereit. Über Berg und Tal. Der große Nachteil in diesem System ist... Ui, die fliegen aber auch nicht auf die Fresse. Ich muss da hinten unbedingt sichern. Befehle. Aber das hat uns tatsächlich jetzt den Arsch gerettet. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Die rennen einfach durch. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Okay, hier könnte ich tatsächlich noch viel, viel mehr Häuser aufbauen. Und mit Käse den gleichen Spaß durchziehen. Und mit Käse. Okay. Vielen Dank.